Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Glenn und ich bin Hobbyschmied. In dieser Serie werde ich mir einen Grill schmieden bzw. meine Feuerstelle für meinen Schrebergarten ausbauen. Dafür habe ich in dieser ersten Folge ein Dreibein geschmiedet inklusive kleinem Haken. Vorweg, jemand hat mich aufmerksam gemacht, dass es gar keine 10 mm sind, sondern 12 mm, bzw. ich habe die 12 mm nochmal nachgemessen. Das erklärt auch, warum ein Dreibein so stabil da draußen steht. Ich habe nämlich mal einen 13 Liter Kanister, die gibt es anscheinend, mal drangehangen an diesen Haken und habe gemerkt, dass das Ganze wirklich bombenfest steht. Und das ist natürlich super, denn ich denke, die 13 Kilogramm oder die 13 Liter Wasser, die dran hängen, stehen repräsentativ für einen Topf voller warmem, leckerem Essen. Also kann ich unbesorgt weitermachen. Jetzt ist der Haken natürlich viel zu hoch, dass ich da einen Topf dranhängen könnte, denn das Ganze würde vermutlich nicht warm werden, wenn ich nicht meine Feuerstelle nach oben kriegen würde. Deswegen werde ich jetzt eine Verlängerung schmieden inklusive Verstellmechanismus, weil ich einfach keine Lust habe, da eine plumpe Kette dran zu hängen. Ich bin ja Hobby-Schmied, um irgendwas Cooles zu schmieden. Ich könnte mir natürlich auch eine Kette schmieden, aber ich finde diesen Verstellmechanismus, den ihr gleich sehen werdet, den ich schmiede, eigentlich super clever und super simpel gemacht und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Deswegen höre ich auch langsam auf zu schnacken. Ihr könnt mir wie gewohnt über die Schulter schauen. Ich fange jetzt an zu schmieden. Viel Spaß beim Schauen. Musik Bei den ersten Löchern habe ich mich noch recht dämlich angestellt, muss ich sagen. Ich habe es eigentlich probiert wie bei meinem Hammer, also einfach von beiden Seiten rausschlagen. Allerdings ist das Werkstück so dünn, dass dieser Schnipsel, der rausfällt, oder wie nennt ihr das kleine Metallstückchen, was übrig bleibt, wenn man ein Loch reinschlägt, das ist immer hängen geblieben bzw. ich habe es nicht rausbekommen. Dann habe ich es probiert am Vierkantloch herauszuschlagen, allerdings ist das Loch natürlich viel zu groß und mein Werkstück hat sich dann verformt. Also habe ich es dann probiert an meinem Hammerdorn, der noch keinen Griff hat, der hat nämlich ein Loch in der richtigen Größe. Da hat es schon besser funktioniert, allerdings wackelt der Hammerdorn, weil der natürlich nicht planparallel ist. Deswegen habe ich mir dann ein Vierkantrohr geschnappt, was bei mir noch in der Schrottkiste lag und habe da ein entsprechendes Loch reingebohrt. Ich habe es dann darüber probiert. Leider hat der erste Versuch nicht funktioniert, weil ich vergessen habe, das Loch erst mal auf dem Amboss vorzutreiben und dann von der Rückseite heraus reinzuschlagen. Hier habe ich sofort auf dem Vierkantloch gemacht und dadurch ist halt so eine Wulst entstanden, die das Ganze natürlich sehr unschön gemacht hat und noch unpraktischer. Das hat dann aber bei den nächsten Löchern wirklich ganz gut funktioniert. Also einmal auf dem Amboss vortreiben, dann umdrehen und auf dem Vierkantloch durch das Loch treiben. Dieser kleine Schnipsel ist zwar immer an einer Seite irgendwo hängen geblieben, aber es hat ganz gut funktioniert, auch wenn ich mich hier noch ein bisschen blöd anstelle. Aber bei den weiteren Löchern hat es dann ganz gut geklappt. Musik 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 Die Musik 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 you're born, you live, you die and that life defines your eternity heaven and hell follow in a straight line from what you've made of this life and that's it it's been a long time, quite a long ride feeling pissed, it's affliction like a gun blind fled a cup of holy white, her hands run dry all the habits cracked in the warm by the sun rise And this isn't conviction Though I've been sinning It's desire for redemption Cause the way you've been living Can't re-eventerate us I know that soul is in us Could be grown more wicked In the name of religion Further division But best that I should give this But if there is a guy I know that she is listening Even when I haven't prayed Even when I haven't prayed Take me down to the river And wash my soul clean Explain how I've been forgiven And have all I need Break these chains I've wandered into So I can be free Change this heart that meets within So I can believe I wonder if I strayed into heresy And my refusal to be a Pharisee I know good friends who are scared for me And the prisoner they carry me And those are good vibes Good vibes But I swear that I'm alright I just need the space to question Anything untouched by the light And I think I got more clarity About things we are inherently Took a few extra times for the territory But nowadays I rarely eat And I think I got more clarity About things we are inherently Took a few extra times for the territory But nowadays I can't do Take me down to the river And wash my soul clean Explain how I've been forgiven And have all I need Break these chains I've wandered into So I can be free If there were a God I would thank her for this Staying inside at night It kinda effing blows I don't see a reason why You have to know I just know that we should Do this I'll do this For those Who work in our Health industries People with Compromised communities It's time to love the people That love you back You will be okay Statistical fact I know that this will F and blow We should do this Let's do this For all the world In the health industry People with Vibes Immunity Let's go for a walk Stay six feet apart I'll go for a run If someone's on my side Across the street Dead to know your spouse In double time I'm so thankful that You were mine And you were those Medical industry Your father Your brother Your sister Compromised me Do it for both In the medical industry Oh, you bring me back To the good old days In so many ways Oh, you bring me back I can't repay I fell asleep in Old Navy They locked the doors And said I had to leave But I Hadn't paid for the shirt And time lingers on So I wrote you A stupid song And it's okay with me I'm sort of sick of This melody So, ich bin super zufrieden Mit meinem Verstellmechanismus Also ich kann es anders auch nicht sagen Natürlich Nach wie vor Es sind immer Sachen da Mit denen ich nicht top zufrieden bin Natürlich hätten diese Ringe Ein bisschen runder sein können Und auch die Verbindung Oder die Nahtstelle der Ringe Die hätte auch ein bisschen Sauber sein können Da hätte ich das Material Vielleicht vorher Ja, ich weiß gar nicht Anders abschroten müssen Damit das halt sauberer Zueinander passt Und ich hätte vielleicht Das Material ein bisschen Stauchen müssen Befeucht Oder nachdem ich es Abgeschnitten habe Damit ich hier eine Saubere Kontaktstelle bekomme Nichtsdestotrotz Bin ich auf jeden Fall Sehr zufrieden mit dem Stück Der Mechanismus Funktioniert super Ich habe ihn schon getestet Auch mit dem 13 Liter Kanister Da bewegt sich wirklich Gar nichts Und ich habe auch keine Sorge Dass dieser Haken Ausverwärts rausrutschen könnte Weil er eine leichte Biegung hat Das hält wirklich sehr gut Und das sind jetzt circa Plus minus 30 cm Die wirklich ausreichen sollten Um Grillrost oder einen Topf Zu verstellen Also von daher Ist es auf jeden Fall Ein sehr cooles Und gelungenes Ja Was ist das Wie auch immer das heißt Verstellmechanismus So nennt es ich es Ja Es hat mich auf jeden Fall Mega gefreut Dass ihr bis dahin Am Ball geblieben seid Und dieses Video Noch zu Ende geschaut habt Ansonsten freue ich mich Natürlich Wenn ihr einen Daumen Da oben da lasst Oder diesen Kanal abonniert Ansonsten bleibt mir auch Nicht viel zu sagen Außer kommt doch mal Auf meiner Homepage vorbei Wenn ihr das noch nicht gemacht habt Und schaut euch meine Anderen Schmiedeprodukte an Ich habe auch ein paar Messer geschmiedet So ist es nicht Auch wenn ich hier Auf diesem Kanal Bis jetzt noch kein Messer Gezeigt habe In Zukunft werden mit Sicherheit Welche kommen Denn ich möchte auf jeden Fall Euch zeigen Wie ich Damaststahl schmiede Per Hand Und das ganz ohne Powerhammer und Schmiedepresse Ja Ansonsten würde ich sagen Das war's für diese Folge Bis dahin Euer Glenn Das war's für diese Folge Vielen Dank.